Hi Leute und willkommen zurück zu Nier Automata. So, ich nehme jetzt am nächsten Tag auf für den zweiten Part. Und ich musste leider gleich einen Kommentarschreiber unter dem ersten Part blocken. Weil er immer meinte, boah, ich bin so schlecht und spiele so scheiße. In der Demo hast du viel besser gespielt. Und ja, die Demo, die habe ich auch siebenmal gespielt. Und davon habe ich auch nur den siebten Run aufgenommen, weil der am besten war. Ist klar, dass ich halt ein bisschen schlechter bin, wenn ich gleich den ersten Durchlauf aufnehme. Ich habe inzwischen ein bisschen was umgestellt. Effekte ein bisschen niedriger gemacht, Schatten ein bisschen niedriger gemacht. Und ich habe auf Schwierigkeitsstufe normal gestellt. Und ein bisschen an der Kamera rumgefummelt an den Einstellungen. Läuft jetzt ein bisschen flüssiger, ein bisschen schneller. Ich hoffe, jetzt geht es einigermaßen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, uns mit 9S zu treffen. Ich habe aber mal schauen. Da ist er. 9S. Ja? Danke. Für die Daten zu den Bunker. Um, ich habe das gemacht? Sorry, ich habe nicht vergessen. Es gab nicht viel Bandwidth dort, was ich weiß. Ich habe wahrscheinlich nur genug Zeit, um deine Erinnerungen zu erinnern. Meine sind nur in der Zeit, bis wir uns in der Zeit haben. Ich verstehe. Glück für die Menschheit. Glück für die Menschheit. Okay, er kann sich also nicht mehr dran erinnern, dass er uns gerettet hat. Also, wo er mit seiner Flugeinheit gegen den Goliath geflogen ist. 52 A.D. The year mankind's glorious history came to a sudden and abrupt end. When the world was invaded by aliens from beyond the stars, the aliens unleashed a new breed of weapon, machine lifeforms that all but annihilated human civilization. The handful of survivors that remained fled from Earth, seeking refuge on the moon. 52 A.D. Humanity launched its counterattack, deploying an army of androids from a network of orbiting bases. But after more than a dozen large scale descents upon the enemy, we still haven't managed to repel the invaders. That is why you, the Yorha forces exist. To break this stalemate once and for all. You are our ultimate weapon. And you must put an end to this war. Understood, sir. I wish you good hunting. Glory to mankind. Glory to mankind. Glory to mankind. And,akov, Omok. 57 A.D. That's it. Okay, und wir haben jetzt auch schon die Hauptstory praktisch erfahren Прin included. Wir sollen die Maschinen vernichten, damit die Menschen die Welt zurückkommen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Achso, der andere macht jetzt so einen Systemtest mit uns. Okay, wir haben die Selbstzerstörung bekommen. Good morning. 9S. Okay. The commander's put me in charge of your maintenance, ma'am. That means I'll be performing regular checks on you from now on. I see. Oh, don't worry. We 9S models are the best around you now. Though I suppose we're not exactly known for our modesty. 9S. Hm? What is it, ma'am? Stop calling me ma'am. Huh? Also, genau, das hat er ja auch. There's no need to be so formal. Ah, all right. If you say so. Oh, I almost forgot. The commander was calling for you. We better go see what's up, ma'am. Er, 2B. Achso, wir können ihn konfigurieren, wie er kämpfen soll. Hier können wir ein bisschen was einkaufen. Was gibt's denn hier? Achso, das sind diese buffartigen Sachen. Sound, wer der zeigt? Sound analysen als Grafik. Okay. Achso, hier kann man praktisch, wenn man sich das Spiel noch schwerer machen will, oder leichter halt sich zusätzliche Teile zum HUD kaufen, beziehungsweise man kann die ja im System auch an- und ausschalten. Okay, wir nehmen einfach ein bisschen Heilung mit. Und dann suchen wir den Käpt'n. You need to be near an access point to save your data. You can see access points on the close range map. Be sure to save often. Warum habe ich eine Mail? Und wo kann ich die angucken? Base hier? Okay. Ok, kann ich schnell speichern und Post. Testmail. Diese Nachricht dient der Benzin. Soll das, fährt das Ding wieder hoch, ey. Soll das, fährt das Ding wieder hoch, ey. Ich habe eine andere Mission für dich. Ich brauche, dass du zur Größe gehen kannst. Du möchtest mit der Resistance und etwas Recon. Yorha hat nicht schon einen dediketen Resistance Kontakt? Wir haben nicht mit ihnen in Kontakt zu kommen. Also brauchen wir, dass du das auch mal schauen kannst. Entstanden. Okay, können wir mit den Leuten alle sprechen. Entstanden. Achso, die geben so jetzt so kleine Hilfen. Bestimmt. Ja genau, die geben so Hilfen. Von wir nun Heilmedizin kaufen. Im Hut kann man das und das machen. Er schiedet sich rein. Das ist das, was wir sehen. Das bedeutet, dass wir die Flugzeuge bekommen haben. Better head for the Hangar. Usually, wir können nicht näher Flugzeuge bekommen. Das sind sehr viel für uns grunts. Das ist gut, dass sie noch nicht massproduzieren. Die Hangar sind vorne. Los geht's! Los geht's! Loll, dem Anduin wird schlecht nach dem Fliegen, okay. Oh Gott, so kommen wir wieder mit dem Featuren. Oh Gott, so kommen wir wieder. Oh Gott, so kommen wir wieder mit dem Featuren. Oh Gott, so kommen wir wieder mit dem Featuren. Oh Gott, so kommen wir wieder mit dem Featuren. Oh Gott, so kommen wir wieder mit dem Featuren. Was ist mein Schwert? Bunker zu 2B, komm in. Ich setze ein Laufpunkt für eure Fliegenfunktion. Sie werden ziemlich weit weg von dem Featuren. Sorry für die Probleme. Aber wir können nicht riskieren, die Featuren herauszufinden. Entstanden. Gut. Good luck down there. Was war denn das im Featuren, warum ist denn eben seitlich geflogen? Okay. Unsere Mission ist jetzt da hinzugehen, oder? Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier sind irgendwelche roten Markierungen. Dann halt nicht. Sag mir halt nicht, wo wir hin müssen spielen. So. Ich hab's gewusst. Na. Eisenerz. Sind wir jetzt doch in Minecraft. Ich glaub hier. Oder? Äh, da kommt man sonst nicht so lang. Ist da unten noch was? Natürlich war da unten noch was. Okay, dann brauchen wir jetzt einen Schlüssel oder so. Das sieht doch geil aus. Ruinenstadt. Target location acquired. Marking on map. Proposal. Proceed to target location. Ach, jetzt krieg ich jetzt den Punkt auf der Map. Okay. Ja, das sieht richtig cool aus. Äh, müssen wir hier durch. Äh. Ach, wir haben kein Schwert für einen starken Angriff. Okay. Das macht sie Nahkampfzeug. Da geht's runter. Hier ist nichts weiter. Die kann man auch runter. Also ich lauf jetzt erstmal ein bisschen ab. Und vielleicht nicht noch ein bisschen Stuff rum. Nope. Okay, da höre ich irgendwelche Robos. Sind die unter uns? Hm. Da sind welche. Da sind welche. Okay, ein bisschen Loot. Okay. 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 Alright. Okay. 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 Okay, wir sind schon unten. Hier ist auch eine Leiter irgendwo hin. Oder hätte man jetzt eine Leiter runtergehen können, einfach bis ganz unten. Baumsaat, okay. Oh, welche? Lol. Kann man die... Lol, die kann man echt angreifen. Und Wildfleisch, okay. Die müssen nur irgendwo Gegner sein und ich sehe Loot. Und die greifen hinten irgendwas an. Defekte Schnürssel. Was bist du? Ach, hier kann man speichern dran. Das ist gut. Mapdata obtained from Bunker. Data may be displayed from the Systemmenu. Mapdata, huh? It's hard to get an accurate picture from this. Our satellite resolution isn't so hot. Hopefully they deploy some new satellites soon. A general idea is good enough. You don't let anything get in your way, do you? That'd oh shoot. Hopefully you're ready. Analysis of theしました, which of you is the player. We have a happen. I can give it up, man, um.